Stuttgart! Herzlich Willkommen! Da war Spide hier mit dem Fracking-Botman. Und Voss ist Last Man Standing und geht dauernd diesmal um Licking Spide. Da sehen wir, wie das steht. Für den höchstwahrscheinlich wieder Alex. Wird einfach reingefeuert. Possa mit zwei Fracks, drei Fracks. Vierter Verdauerler. Und den vierten Frack auch noch. Dafür, dass er im Schatz ist, hat er ziemlich blöde gelegt. Jetzt ist er da noch. Ja, dann geht er da um. 10 zu 5. Ist noch alles offen für beide Teams. Insofern sollten sie aufpassen, wenn sie den Leiter hoch nehmen. Da potzt. Oh! Und blöde. Und er holt den Weg. Und was, bist du da? WC3 natürlich. Und der Leicht hat die Argenprobleme. Und da geht sie down. Schöne Aktion hier von Hans. Moment. Schön gemacht hier auf jeden Fall. Von Hans natürlich auch. Und da kommt das GG von Hans. 1 zu 0. Jetzt wahrscheinlich in der ersten großen Fight. XVTPt sich tatsächlich raus. Ganz, ganz bitter. Und jetzt kommt hier zum Building Trade. Und ich denke, das wird hier Hans verlieren. GG. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Und jetzt wollten wir keine Zeit verlieren, sondern endlich anfangen mit Counter-Strike 126. Kann man aber applaudieren. Einer von euch, ne? Jungs. Fass es nicht. Wir sind so krank drauf. Geile Kerle. Und das nächste Saison genauso ist, ne? So, es geht los, Jungs. Jetzt wird es nochmal richtig hier nochmal richtig Gas hören. Attacks und TBH hier gegeneinander. Roman jetzt mit am Start hier. Das schafft den Frank zusammen mit Moon. WC3. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Macht klar. Der alte Hornetspieler hier. Oh. 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 Nummer 3. Oh Mann. Was? Er geht nicht drauf. Jetzt weg die zwei. Oh Gott. Oh. Nice. Wow. Was geht denn da? Gebt mal Gas jetzt, Leute. Also, das wird euch sagen. Attacks. Alles klar. Ich muss sagen, es sind, glaube ich, mehr Attacks-Fans als TBH-Fans. Weiß ich nicht genau. Rontaudi mit dem Frank. Vielleicht aber zwei jetzt. Da war der Kopf. Fossil. Weiter geht's. Sonst kommt er nicht auf die Kiste hoch. Und dann kurz geht's weiter. Oh. Das geht gut aus. Das war's. 60. Unglaublich. Zu 6. Unglaublich. Was für eine Partie hier. Ja. 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 Das war's. Ja. Ja. Ja.